Das sind keine Christen. Hast du das schon mal gehört? Vielleicht hast du den Spruch auch schon mal selber gesagt. Aber ist das denn in Ordnung? Versuchen wir das mal aus christlicher Sicht zu sehen. Ich versuche es mal mit einem Gleichnis, einem Beispiel. Manche von euch wissen, dass ich Staudengärtner gelernt habe und in meiner Ausbildung gehörte es dazu, auch verschiedene Praktika in verschiedenen Staudengärtnereien zu machen. Das Ziel dieser Praktika ist wahrzusehen, dass andere Gärtnereien es auch mal anders machen, aber das Ziel dasselbe ist. Zum Beispiel bei Blattläuse. Wenn man sieht, eine Pflanze hat Blattläuse, dann gibt es Gärtnereien, die sagen, okay, dann müssen wir jetzt ein Pflanzenschutzmittel anwenden. Es gibt aber auch Gärtnereien, die sagen, okay, dann bestellen wir jetzt erstmal ein paar Schlupfwespen. Und die Schlupfwespen sind sehr effektiv gegen Blattläuse. Effektiver ist natürlich der Marienkäfer, der vernichtet viel mehr, aber die Schlupfwespen sind einfacher zu handhaben. Und im Endeffekt ist das Ziel dasselbe. Die Pflanze ist von den Blattläusen befreit, ob man jetzt die Schlupfwespen genommen haben oder das Pflanzenschutzmittel. Ich versuche noch ein Beispiel, aber ich befürchte, es ist kein gutes Beispiel, weil die meisten von euch Fußballfans sind. Und ich bin, glaube ich, der einzige Formel 1 Fan. Aber in der Formel 1 ist dasselbe. Die guten Teams wie Red Bull, Ferrari und McLaren, die reparieren ihre Fahrzeuge auf eine sehr professionelle Art. Und dann gibt es die hinteren Teams wie Williams oder Haas. Und wenn da mal was kaputt geht, ja dann wird das mit Panzerband befestigt. Das habe ich in einer Doku schon mal gesehen. Aber das Ziel ist im Endeffekt dasselbe. Sie fahren meistens zwar keine Punkte ein für den Weltmeistertitel, aber sie kommen trotz alledem durchs Ziel. Naja, meistens, wenn sie gerade nicht das Auto in den Sand setzen. Aber sie kommen durchs Ziel und das ist der Sinn. Sie kommen alle durchs Ziel. Und so ist es bei uns im Christentum genauso. Ich habe es schon häufig erlebt, weil ich habe mir alle Gemeinden angeguckt. Ich habe schon gehört so, ja diese Gemeinden sind keine Christen, weil sie dieses und jenes nicht machen. Aber ich habe nie darauf gehört. Zum Beispiel habe ich auch gehört, dass gesagt wurde, ja diese Gemeinde sind keine Christen, weil sie nicht an Jesus glauben. Ich habe nicht darauf gehört. Ich bin in diese Gemeinde gegangen, habe mir meinen Eindruck gemacht und festgestellt, doch sie glauben an Jesus. Sie lehren ihn sogar und sie beten sogar in seinen Namen. Und ich möchte dich fragen, wer denkst du bist du, dass du oder jemanden, wo du hörst, der das sagt, wieso denkt ihr habt ihr das Recht zu sagen, dass das keine Christen sind? Aus christlicher Sicht ist das tatsächlich falsch zu sagen. Warum? Weil Jesus uns in Matthäus 7 Vers 1 gesagt hat, urteile nicht über den anderen, ansonsten wird über dich geurteilt. Und Jesus hat uns gesagt, weil ich oft gehört habe, nein das sind keine Christen, weil sie das und das anders machen oder das und das machen oder das und das nicht machen. Da hat Jesus uns auch was zu gesagt. Jesus hat auch in Matthäus 7 gesagt, ich weiß den Vers jetzt nicht auswendig, bevor du dich über den Splitter deines Bruders, der er im Auge hat, ärgerst, kümmere dich erstmal um deinen eigenen Balken. Weißt du Bescheid. Und Jesus hat uns auch gesagt, in Matthäus 7 Vers 12, bevor du, nee gar nicht, Entschuldigung. Jesus hat in Matthäus 7 Vers 12 gesagt, behandle deinen Mitmenschen so, wie du selber behandelt werden möchtest. Also denke darüber nach, ob du es cool finden würdest, wenn jemand zu dir kommt und sagt, du bist kein Christ. Wenn Gemeinde A sagt, Jesus hat ein weißes Gewand an und Gemeinde B sagt, Jesus hat aber ein blaues Gewand an. Das ist doch völlig egal. Weil was steht in der Bibel? Was steht in der Bibel? In der Bibel steht geschrieben, im Johannes Evangelium relativ am Anfang, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, das Leben hat. Wir müssen an Jesus glauben und wir sollten ihm nachfolgen. Und es gibt wirklich Gemeinden, die sagen was anderes. Es gibt Gemeinden, die sagen, ja, wir sind der einzige richtige Weg und alles andere ist doof. Ja, das ist kacke. Das ist falsch. Weil es heißt, Jesus ist der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Wer an ihn glaubt, kommt zum Leben. Jesus ist der Weg. Das bedeutet, es heißt nicht Pfingstlerstraße, es heißt nicht Katholischstraße, es heißt nicht Mendonitenstraße, es heißt nicht Evangelischstraße und es heißt auch nicht Zeugen Jehovasstraße. Es heißt Jesusstraße. Jesus ist der Weg. Und denke immer daran, der Mensch urteilt nach menschlichen Maßen, aber Gott alleine kennt das Herz. In diesem Sinne, ich muss jetzt arbeiten fahren, die Pferde haben Hunger und lass dich nicht beirren. Und wenn du Fragen hast, wende dich gerne an uns. Du kannst dich auch gerne an mich wenden und ich kann dir gerne einige Fragen beantworten. Ich gebe mir jedenfalls Mühe, dass ich das kann. Schönen Tag euch allen. 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1